Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Willkommen zu einer neuen Folge hier in Minecraft und ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle richtig ordentlich geballert, aber ich hoffe nicht zu viel, denn ab sofort haben wir eine Feuerwehrwache bei uns in der Stadt. Mit keinem geringen als Feuerwehrmann Sam, der uns natürlich befreit oder rettet vor jedem Feuer in unserer Stadt. Ihr habt es ja euch gewünscht, besonders jetzt wo wir so einen Feuerwerksladen haben, brauchen wir natürlich eine Feuerwehrwache. Und es ist natürlich ganz praktisch, dass sie gleich um die Ecke ist. Aber die ist auch ein bisschen groß geworden und von daher musste ich mir aus hier jetzt meine Einkaufsmall, die ja hier später entstehen wird, ein bisschen versetzen. Dafür ist jetzt hier hinten so eine Seitengasse entstanden. Konnte ich einmal unseren Coca-Cola-Truck hier nochmal reinsetzen, so einen Anhänger jedenfalls davon. Und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht biege ich mir die Straße auch noch ein bisschen zurecht, dass sie nicht zu gerade wird. Muss ich mal gucken, was wir hier als nächstes denn noch hinbauen wollen. Aber heute geht es ja darum, eine Feuerwehrwache zu bauen. Und dann würde ich sagen, schnappen wir gleich unsere Blöcke und fangen mal an. Für den Start für unser Feuerwehrhäuschen holen wir uns ganz einfach ein bisschen weiße Keramik raus. Glatter Sandstein, dann ein bisschen türkiser Zement. Auch weißer Beton ist dabei, dann ein bisschen polierte Anisidstufen. Darf man bitte auch nochmal die Treppen fürs Dach später. Und dann holen wir uns noch ein bisschen roten Beton raus. Und weil es ja leider keine roten Betonstufen gibt, nehmen wir einfach die Nerit. Na, wie heißen die genau? Rote Netaziegelstufen. Ach, Netaziegelstufen. Ja, und dann noch ein bisschen blauer Zement ist auch dabei. So, weil wir ja heute wieder ein großes Gebäude haben, gebe ich euch mal wieder das Maß vor, was ihr, sag ich mal, an der Fläche braucht, um euch das schick zu platzieren. Da wäre ein Maß von 24 mal 40 Blöcke. So um die Pi mal Daumen könnt ihr natürlich ein bisschen mehr nehmen zu jeder Seite, falls ihr euch natürlich noch ein kleines Geländer basteln wollt. Aber wenn ihr euch, sag ich mal, richtig schön hinstellen wollt, dann braucht ihr 24 mal 40. Abstände geklärt. Kommen wir jetzt zum Grundriss. Da fangen wir jetzt erstmal mit der weißen Keramik an. Und dann ziehen wir uns erstmal hier natürlich unsere schöne lange Linie lang. So, ich setze mir jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke erstmal hier hin. Dann lasse ich mir einen frei für die Vordertür. Nochmal einen weiteren, gehe einen nach hinten weg und jetzt gehen wir wieder zur Seite. Und diesmal lassen wir ein bisschen was frei, weil wir hier auch die Tore hin basteln wollen. So, da setze ich jetzt erstmal einen ran. Dann lasse ich 5 Blöcke Platz. Setzen wir wieder 2 hin. Wieder 5 freilassen. Wieder 2 hin. 5 frei. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Zum Schluss setzen wir hier noch lang. So, dann haben wir insgesamt jetzt auf der Vorderseite 3 Tore. Jeweils immer hier 5 Blöcke breit. Und dann geht es wieder zur Seite weg. Da setzen wir jetzt erstmal 1 Block ran. Und jetzt lassen wir wieder Platz für das nächste Tor. Und hier haben wir jetzt 7 Blöcke. Dann setzen wir wieder 3 Blöcke hin. Lassen 3 Blöcke frei. Und setzen 2 hin. So, jetzt ersparen wir uns ein bisschen Zählerei, weil hinten haben wir ja keine Tore. Da machen wir jetzt nicht mehr den Abstand. Sondern wir ziehen das jetzt einfach mal nach hinten. Und ihr achtet einfach drauf auf der Vorderseite. Weil wir haben hier, sag ich mal, hier diese Ecke. Und das sollte hier perfekt jetzt anschließen. Genau. Dann gehen wir wieder ein nach hinten weg. Ziehen das hier wieder einmal zur Seite weg. Sollten wir hier vorne perfekt anschließen. Und ziehen das hier noch einmal nochmal zu. Soweit wir das jetzt haben, kommen wir jetzt dazu, auch jetzt die Wände hochzuziehen. Dafür nehmen wir jetzt unseren glatten Sandstein. Aber nicht alle Wände sind gleich hoch. Fangen wir erstmal damit an, wo wir was Kleines haben. Und zwar hier vorne bei der Ecke hier. Also bei der Ecke könnt ihr das hier gerade einmal raufsetzen. Zur Seite hier weg. Lasst ihr es erstmal noch frei. Hier setzen wir jetzt an sich nur zweimal unseren Sandstein rauf. Natürlich ziehen wir den auch zur anderen Seite hier einmal nach hinten weg. Und hier auch einfach, zack, nur hier auf dieser Zweier-Ecke. Da setzen wir das so hin. Und hier das andere lassen wir frei. Denn hier wollen wir eigentlich das ein bisschen höher setzen. Nicht nur auf eine Zweierhöhe. Sondern auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also sechs Blöcke Sandstein setzen wir jetzt hier rauf. Und ihr könnt die freien Flächen, die wir jetzt offen gelassen haben, auch frei lassen. Weil hier kommt ja später eine Tür hin. Da kommt ein Tor hin. Und da vorne sind natürlich noch weitere Tore. Wäre ja Quatsch, wenn wir das zuziehen. Und dann müssen wir das eigentlich wieder als aufreißen. Nur weil wir da ein Tor hinbauen wollen. Und sobald wir das denn fertig haben, hier mit unseren Sandstein das einmal drauf zu platzieren, könnt ihr auch noch gleich die letzte Reihe hier überall einmal nochmal zuziehen. Außer, sag ich mal, hier hinten, wo wir, sag ich mal, noch eine Hintertür haben. Dann lasst ihr unten einfach nur drei Blöcke Platz. Und den Rest hier könnt ihr einfach mal zuziehen. Denn hier kommt der Spieler auch die Tür hin. So. Super, jetzt haben wir schon mal die Wände drauf. Bevor wir zu den Toren und alles kommen, kommen wir erstmal zu der nächsten Etage. Obwohl, halt, hier sehe ich noch was. So, oh nee, Quatsch. Hier könnten wir das eigentlich auch so offen lassen. Ach, das sieht man hier sowieso nicht. Genau, gut. Dann kommen wir jetzt wirklich zur nächsten Etage. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal unseren türkisen Zement. Den setzen wir jetzt einmal, würde ich sagen, erstmal nicht auf der kleinen Stelle, erstmal rauf. So, ich lasse mir das jetzt einmal hier auf jeder Seite überstehen. Außer natürlich hier, wo es jetzt gerade reinläuft. Da machen wir es einfach glatt dran. Dann können wir das jetzt hier auf eine Höhe von vier Blöcke platzieren. Also eins, zwei, drei, vier. Na, das ist ja alles vier Blöcke hoch ist. Und ziehen das hier natürlich auch einmal ringsrum bis zur anderen Seite. Nach getaner Arbeit kommen wir natürlich auch noch dazu. So, hier drauf die nächste Ebene zu ziehen. Und hier wollen wir eigentlich genau das gleiche Spiel machen. Das war jetzt erstmal hier unseren, was ist das hier, türkiser Zement nehmen. Den ziehen wir ja einmal auch komplett ringsrum auf jeder Seite. Das ist natürlich überstehen. Also das soll hier nicht komplett mit dem Gebäude abschließen. Nein, nein, das soll schon überstehen. Und sobald wir denn hier vorne einmal angekommen sind, wollen wir jetzt, würde ich sagen, auch hier auf der Seite das einmal überstehen lassen. Das heißt, ihr könnt das hier auch einmal glatt rüberziehen. Dass jetzt, sage ich mal, hier noch einer übersteht von unserem türkisen Zement. So, jetzt haben wir hier natürlich ein anderes Maß, um das hochzuziehen. Also ihr könnt das nicht alles gleich hochziehen. Bin ich selber gerade überlegen, wie wir das hier machen am besten. Ich würde sagen, wir fangen hier auf der Vorderseite an. So, dann machen wir jetzt die ersten zwei Reihen auf eine Höhe von insgesamt sechs Blöcke. Den sehen wir mit. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dass wir hier sechs Blöcke haben. Dann könnt ihr jetzt auch gleich hier mal zur anderen Seite ziehen. Aber wir wollen es hier nicht zu weit ziehen. Also machen wir auf der anderen Seite auch das hier nur auf eine Zweierdicke. Na gut, jetzt haben wir das schon mal fertig. Jetzt kommen wir natürlich jetzt zum nächsten Teil. Und zwar, wo wir das Dach jetzt hier weiterziehen. Jetzt möchte ich hier nicht Reihe für Reihe mit euch setzen. Von daher fangen wir jetzt so an, dass wir oben jetzt die Dachform uns setzen. So, das heißt, wir setzen uns jetzt hier einen so schräg davon hin. Und dann zähle ich mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, elf Blöcke. Ich kontrolliere nochmal. Jawohl, passt. Nach den elf Blöcken gehen wir jetzt zweimal runter. Und zwar immer mit so einer Vierer-Ebene. So, jetzt haben wir hier die erste Vierer-Ebene. Und dann kommt gleich danach die zweite Vierer-Ebene. Wunderbar. Und das ist die Form von unserem Dach. Das heißt, jetzt hier können wir unten, zack, einmal unsere Blöcke nehmen und das hier alles nach oben einmal ziehen. Hier hinten, die Fläche, die lassen wir erstmal noch frei. Und nicht, dass ihr vergisst, andere Seite müssen wir auch machen. Aber ihr könnt jetzt auf der anderen Seite, weil wir ja die Form schon auf der anderen Seite halt haben, ja, ne, können wir einfach Pi mal Daumen das jetzt hier einfach so rüberziehen. Ne, ihr achtet einfach drauf, wie das drüben ist und dann zieht das einfach rüber. Na gut, dann wollen wir das nächste Stockwerk jetzt abschließen und müssen natürlich noch den hinteren Teil machen. Jetzt habe ich mir ein paar Folgen angeguckt von Feuerwehrmann Sam. Und da ist mir aufgefallen, dass auf der Vorderseite das so ein bisschen schräg hervorsteht. Das heißt, wir machen jetzt hier auf der Vorderseite vier weitere Blöcke hier einfach hin. Und dann sollte es hier auch passen, dass wir hier nochmal vier Blöcke haben. Jetzt habe ich ein paar Folgen gesehen und auf der Rückseite war das glatt. Also hier auf der Rückseite braucht man es nicht schräg so herausstehen lassen. Also hier könnt ihr es einfach komplett glatt lassen. Dann kommen wir jetzt auf die Vorderseite und wollen das jetzt auf eine Höhe ziehen von neun Blöcke. Das heißt, den ziehen wir jetzt mit. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, und diese vier Blöcke hier können wir alle auf neun Blöcke hochziehen. Das würde ja dann auch bedeuten, weil wir jetzt hier die schon auf neun Blöcke haben, dass wir die andere Seite gleich mitziehen können. Auch auf neun Blöcke. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und auch hier wollen wir dann vier Ebenen machen, weil auf der anderen Seite sind ja auch vier Blöcke rein, ne. Dann machen wir am besten auch gleich weiter auf der Seite, wo wir es gerade haben. Das ist ein bisschen übersichtlich, ja. Und zwar gehen wir jetzt hier immer zwei Blöcke rein tiefer. Ne, sollte auch perfekt aufgehen. Jetzt meine ich natürlich nicht zwei Blöcke tiefer, sondern einfach, dass wir hier immer so eine Zweierfläche haben, ne. Und so gehen wir immer tiefer. So, geht perfekt auf. Das heißt, an der Seite ziehen wir das einfach mal hinterher. Auch hier gehen wir immer zwei Blöcke rein tiefer. Ja, ist ein bisschen hoff gesagt. Zwei Blöcke rein tiefer, aber eigentlich immer so, dass hier eine Zweierreihe ist, ne. Ja, ihr wisst Bescheid. So, dann bleibt natürlich noch eins übrig. Und zwar die offene Seite hier noch einmal zuziehen. Und dann würde ich sagen, können wir schon gleich mit dem Dach beginnen. Aber, bevor wir zum Dach kommen, kommen wir erstmal noch zur Terrasse hier. Ich denke mal, das ist am einfachsten und erstmal, ja, schnell zu erledigen. Von daher nehmen wir jetzt einfach unseren weißen Beton und füllen hier einfach mal die komplette Fläche damit aus. Sehr schön, super. Gut, jetzt haben wir das schon mal erledigt. Kommen wir jetzt wirklich zum Dach. Das heißt, wir nehmen wieder unseren weißen Beton. Und jetzt müsst ihr nicht das ganze Dach mit weißem Beton ausfüllen. Weil, ich zeige euch das gleich. So, wir fangen erstmal an, hier uns erstmal die Form zu ziehen. Und ich lasse mir jetzt das Dach auch mal gleich mal überstehen. So, hier vorne fange ich an mit so einer 4er Fläche. Die steht hier nach vorne auch nochmal zweimal über. So, dann kommen wir hier zu unserer 11er Fläche. Zack, die wollen wir auch gleich überstehen lassen. Ihr könnt auch gerne den Beton hier auf unsere Betonreihen hier setzen. Oder ihr macht das frei. Da wollen wir ja alles später noch verkleiden. Gut, so, dann geht es hier wieder weiter. Mit dem nächsten weißen Beton. Auch hier wieder, zack, alles überstehen lassen. Nur, eigentlich ergibt sich das komplett hier, wie es halt so ist. Und hier jetzt ganz vorne bei unserer 4er Fläche setze ich nochmal zwei weitere vorne an. Dass die einfach mal so überstehen. Und so gehen wir jetzt hier auch wieder weiter runter. Das heißt, hier machen wir eine 2er Schicht. Dann kommt hier wieder eine 2er Schicht. Und weil es so schön war, machen wir noch eine dritte 2er Schicht. Und die lassen wir hier einfach so überstehen. Weil es ja alles so ein bisschen schräg ist. So, jetzt braucht ihr jetzt hier diese mittlere Fläche nicht in weißen Beton ausfüllen. Ihr macht jetzt einfach nur nochmal das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Und das Schöne dabei ist, ihr könnt euch auch gar nicht verbauen. Denn falls ihr euch verbauen solltet, würdet ihr spätestens jetzt beim Dach merken, wenn ihr die dann am Ende noch verbindet, ob das denn auch wirklich passt. Ja, aber das Dach wollen wir natürlich auch nochmal zu den Seiten verbinden. Aber, wie gesagt, nicht komplett hier, sondern nur wirklich ganz vorne hier. Also immer da, wo es halt wirklich sein soll, wo sie sich halt verbinden. Das wäre jetzt zum Beispiel auch hier. Also, dass wir das einfach mal zu beiden Seiten hier nochmal so stehen lassen. Und natürlich nochmal hier auf der einen Seite hier, zack. Hier wollen wir auch nochmal diesen 2er verbinden zur anderen Seite. Super, super. Gut, jetzt kommen wir dazu, natürlich das Dach komplett zu verkleiden. Dabei nehmen wir jetzt unsere polierten Anisitstufen und Treppen. Und ich denke mal, das ist ganz einfach. Ich glaube, jeder checkt das schon. Und zwar hat mal bei so einem Übergang, setzen wir unsere Treppen hin. Und auf den geraden Flächen, ja, was setzen wir da hin? Genau, unsere Stufen. Ja, und das war es eigentlich schon. Und das ist die Verkleidung von unserem Dach. Aber hierbei müsst ihr jetzt nichts überstehen lassen. Denn wir setzen es ja einfach nur auf unseren weißen Beton hier rauf. Ein bisschen Massenarbeit ist das jetzt wieder. Da fällt mir gerade wieder ein kleiner Baufehler auf. Na, seht ihr den Fehler auch, den ich gemacht habe? Hm, genau. Wir müssen es ja komplett glatt abschließen lassen. Ist jetzt dadurch entstanden, weil wir es ja hier überstehen, das Namen. Ah, da müssen wir aufpassen. Aber ist ja kein großer Fehler. Wir müssen ja nur Blöcke ransetzen. Aber somit ist jetzt mein Dach fertig. Kommen wir natürlich dann gleich wieder zum nächsten Schritt. Und zwar wollen wir jetzt Fenster und Türen überall einbauen. Und weil wir ja natürlich mehr Türen haben, fangen wir da am besten an. Das heißt roter Betonschalen. Und wir fangen hier auch vorne an der Seite an. Und zwar wollen wir jetzt hier unseren ersten Vordereingang uns platzieren. Und da setzen wir einfach hier zwei Reihen von unserem roten Beton einfach mal hin. Da können wir das hier einfach mal so abschießen lassen. Später setzen wir natürlich dann hier noch eine Tür rein. So, kommen wir jetzt zu unseren großen Toren. Da setzen wir immer zuerst eine blaue Zementreihe ganz oben einmal ran. Und dahinter können wir gleich mal unseren roten Beton nehmen. Und den einfach mal hier bis zu unserem blauen Beton einfach mal nach oben ziehen. Und wenn wir das haben, schlagen wir hier nochmal so einen Block weg für ein Fenster später. Wer möchte, kann sich natürlich dann auch noch so eine kleine Markierung vor unseren Toren sich ein bisschen basteln. War jetzt in der Serie auch so ein bisschen, dass da so ein paar Markierungen ein waren. Aber ist immer keine Pflicht. Aber sieht immer schick aus. Besonders wenn man sich das dann am Ende noch suchen. Überall ein bisschen verschönert an den Seiten. So, dann wollen wir natürlich auch nochmal ein großes Tor hier an der Seite bauen. Auch wieder hier erstmal unseren blauen Zement. Mal wieder unseren roten Beton. Setzen wir hier einmal dahinter. Und natürlich auch hier machen wir nochmal so einen Block weg für ein Fenster später. So, dann kommen wir noch zur letzten Tür. Die platzieren wir hier einmal an der Seite, wo wir es ja freigelassen haben. Sitzen hier einfach nur so einen roten Bogen ein und fertig. Das ging doch relativ fix. Kommen wir jetzt mal weiter, würde ich mal sagen, zu einem Geländer von unserer Terrasse erstmal. Weil das am schnellsten geht. Wir fangen hier an der Seite an mit dem roten Beton. Und dann lassen wir immer, immer drei Blöcke Platz. Und dann kommt hier wieder der nächste Block hin. Und so geht das halt hier komplett weiter. Und das geht dann hier alles perfekt auf. Wenn ihr drei Blöcke immer Platz bleibt. Guck, passt auf, hier passt auch wieder. Zack und zack. Fertig. Danach würde ich sagen, fangen wir erstmal ganz oben an. Und zwar hier beim Dach. Ihr seht ja, wir haben hier noch ein bisschen was frei. Und das wollen wir jetzt zumachen. Und zwar befinden sich hier Fenster. Ich setze mir jetzt erstmal hier unten, zack, eine rote Betonreihe einmal lang. Dann fange ich an der Seite an. Setze mir hier natürlich auch noch eine weitere Reihe ran. Und zur anderen Seite auch. Und dann lasse ich mir einfach mal eins, zwei, drei, vier Blöcke Platz. Dann setze ich mir so eine Zweierstrebe hin. Zur anderen Seite auch. Eins, zwei, drei, vier Blöcke Platz. Und Zweierstrebe hin. Und dann solltet ihr sehen, haben wir in der Mitte auch nochmal zwei Blöcke. Ey, nicht zwei Blöcke, sondern vier Blöcke. Mein Güte. Zählen muss gelernt sein. So, dann setzen wir hier oben natürlich nochmal unseren roten Beton einmal ran, dass wir sie hier verschließen können. Und dann haben wir hier oben schon mal das erste Fenster. Dann setzen wir später noch das Glas rein. Aber weiter geht es dann, würde ich mal sagen. Ja, wo fangen wir denn am besten an? Vorderseite ist am besten, ne? Ja. Dann geht es auch auf der Vorderseite weiter. Dann lassen wir jetzt, würde ich sagen, an der Seite jetzt zwei Blöcke Platz. Unten natürlich ein. Und dann schlagen wir hier so ein zweimal vier Fenster mal einfach hier frei. Und jetzt nehmen wir mal die roten niederzäglichen Stufen. Weil wir ja leider keine Betonstufen haben, müssen wir die jetzt einfach mal nehmen. Und dann setzen wir uns hier schon mal unser Fenster so ein bisschen rein. Und fertig. Ein zweites befindet sich noch hier auf unserer stregigen Seite. Lasst mal unten einfach drei Blöcke Platz. Und dann schlagst ihr hier einfach ein zweimal drei Fenster rein. Und auch hier setzt ihr dann einfach wieder eure Streben einmal rein. Ob ihr die jetzt weiter unten ansetzt, weiter oben, das kann es euch überlassen. Dann gehen wir uns mal auf die Seite hier von unserer Terrasse. Denn hier wollen wir auch noch ein bisschen die Wand bearbeiten. Wir fangen auf der Vorderseite an hier. Und dann lasse ich mir mal eins, zwei, drei, vier Blöcke Platz. Und dann schlage ich mir hier einen weiteren Eingang ins Gebäude einmal rein. So, einfach mal hier umrahmen wir das mal mit unserem roten Beton. Das schlagen wir weg. Und ich würde sagen, hier setzen wir einfach nochmal weißen Tongel mal hin. Na, treffe ich auch? Ja. Danach geht es wieder weiter zur nächsten Seite. Und dann wieder eins, zwei, drei, vier Blöcke Platz. Dann schlagen wir zwei weg. Zwei da lassen, zwei weghauen. Und zwei sollten wir noch haben. So, das machen wir mal auf eine Höhe von insgesamt fünf Blöcke. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, guck, noch einen höher. Wunderbar. Dann nehmen wir wieder unsere Stufen. Und die setzen wir uns hier wieder rein. Ihr könnt hier wieder einmal euer Fenster so ein bisschen vorgestalten. Und wie viele Streben ihr euch jetzt hier rein macht, ist ganz euch überlassen. Ich würde mal sagen, so vier Stück. Die sollten völlig reichen. Ja, das sieht auch ganz nett aus. Und wenn wir die dann fertig haben, geht es den Schuhen auf die Rückseite. Da fangen wir am besten jetzt, würde ich mal sagen, ganz hier an der Seite an. Wir lassen wieder zwei Blöcke hier. Zwei Blöcke unten. Und dann schlagen wir hier mal einfach so ein zweimal drei Fenster wieder weg. So. Und dann setzen wir wieder hier einmal unsere Streben hin. Oben oder unten. Ist ganz euch überlassen. So. Weiter geht es dann hier unten auch. Hier kommen wir noch zum letzten Fenster. Da lassen wir einfach mal oben eine Reihe Platz. Zur Seite würde ich mal sagen, lassen wir vier Blöcke Platz. Und dann schlagen wir mal. Ja gut, die Länge sage ich jetzt mal nicht. Also das ist so Pi mal Daumen, wie man es halt immer schöner findet. Ich schlage jetzt einfach mal ein bisschen weg. Weil ihr werdet gleich sehen, warum. So. Ich setze mir jetzt von der einen Strebe immer drei Blöcke Platz. Setze mir wieder eine Strebe hin. Das mache ich jetzt hier so oft, wie ich möchte. Ich empfehle euch, aber macht das mal nur höchstens fünfmal. Einmal mal gucken. Ja, perfekt. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Denn. Wenn wir das jetzt weitermachen, wäre es mir hier zu eng. Und daher würde ich einfach mal sagen. So fünf Streben. Es wird noch eine sechste hinpassen, wenn man möchte. Dann habt ihr hier immer noch zwei Blöcke Platz. Müsst ihr gucken, wie es euch besser gefällt. Aber mir reichen fünf Streben. Und daher lasse ich das. Setzen wir dann nur noch meine. Ja. Niederstufen hier. Na. Sind das Niederstufen? Ja. Niederstufen jetzt einfach mal hier noch oben und mal hin. Und dann ist auch das Fenster. Fertig. Und schon geht es weiter wieder mit neuen Blöcken. Ne. Der Spaß hört nie auf. Ich denke mal, die sind jetzt wieder sehr übersichtlich. Jetzt kommen wir natürlich ein bisschen zu den feinen Details. Natürlich könnt ihr jetzt ein paar Türen nehmen. Bei mir sind es jetzt Schwarz-Eichentüren. Ich finde die ganz passend zur Farbe. Die setze ich mir natürlich rein. Insgesamt brauchen wir drei Stück. Ne. Wir haben hier oben eins und zwei unten. Und wenn wir die Türen fertig haben, kommen wir schon gleich zur Beleuchtung. Wir haben glatte Steinstufen. Ich finde die ganz passend. Und jetzt setze ich mir einfach mal eine Lampe über diese kleine Tür. und jeweils immer noch eine Lampe über unser Tor. Ne. Wir haben vier Tore. Das heißt plus zwei Türen. Ne. Das sind dann sechs Lampen, die wir hier brauchen. Ups. Wir sollten die auch mal schön in der Mitte aufhängen. Und dann nochmal hier oben auf unserem Balkon setzen wir auch nochmal eine Lampe einfach mal darüber hin. Dann kommen wir noch zu ein paar Steinknöpfen. Die Steinknöpfe habe ich mir gedacht, dass wir die immer unter unseren Fenster hier von unserem Toreimer platzieren. Nicht vergessen, wir haben auch hier an der Seite eins. Und sobald wir das denn haben, kommen wir jetzt schon zu unserem Glas. Nehmen wir mal erstmal unsere türkisen Glasscheiben. Also ich finde euch einfach mal türkises Glas für unsere Feuerwehrwache. Ne. Ihr könnt auch jede andere Farbe nehmen, die euch gefällt. Aber ich finde das mal ganz passend. Die Glasscheiben benutze ich jetzt eigentlich hauptsächlich nur jetzt hier für die Tore. Und einmal hier oben bei diesem Fenster. Ich finde das auch passend. Ihr könnt natürlich auch Glasblöcke nehmen, wenn euch das besser gefällt. Aber es ist natürlich wie immer Geschmackssache. Aber mir gefallen die Glasscheiben mehr. Naja, das muss jeder für sich entscheiden. Gut. So, dann gucken wir mal, was können wir noch verbauen. Tückise Glasblöcke ist ganz klar für die anderen. Da kommen wir gleich zu. Aber vorher noch. Nehmen wir einfach mal die schwarze Glasscheiben. Und zwar, die finde ich einfach so passend, wenn wir uns die hier einmal bei der Terrasse platzieren. Und da würde ich euch wirklich schwarze Glasscheiben empfehlen, weil das passt auch ganz gut zur Serie. Die waren auch ein bisschen getönt. Und dann setzen wir darauf einfach mal noch eine rote Teppichschicht einfach mal hin. Falls es natürlich irgendwann mal wirkliche rote Betonstufen geben sollte, dann nimmt das einfach mal. Aber hier entscheide ich mich lieber für einen Teppich als jetzt hier für die Niederstufen. Weil ich finde einfach, die Niederstufen sind mir zu dunkel. Für die Fenster jetzt hier ist das so in Ordnung. Aber jetzt hier für so ein Geländer wäre mir das einfach zu dunkel. Das hier würde sich zu doll abheben. Und bevor wir uns jetzt hier schon vom Gelände einmal entfernen, nehmen wir noch unsere... Ne, ihr müsstet euch da eine Deroidmauer rausholen. Oder jede andere Mauer, die euch gefällt. Und zwar wollen wir uns hier noch später eine Fahne uns platzieren. Und das soll einfach der Standfuß sein für die Fahnen. Und die hätte ich gerne hinten auf der Ecke einmal drauf. So, dann wollen wir natürlich noch einmal reingehen in unsere Feuerwehrwache. Und innen drin überall noch das Glas platzieren. Und das ist wirklich ganz einfache Arbeit. Ihr seht ja, ihr könnt es ja ganz einfach hier an unseren Stufen einmal platzieren. Und nach oben ziehen. Nach getaner Arbeit sollte das Endprodukt denn so aussehen, wenn wir überall unsere Glasblöcke platziert haben. Ihr könnt natürlich eure Feuerwehrwache einrichten. Falls nicht, verkleidet euch die Fenster, damit man natürlich nicht das Innere sieht. So, wir gehen wieder raus und wollen zum Schluss natürlich noch einmal unsere Fahne bauen. Und für so eine Fahne braucht man gar nicht mehr so viele Sachen. Wir holen uns einfach ein paar Eisengitter raus und setzen mal auf unseren Standfuß hier. Einfach mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun davon. Ganz oben drauf empfehle ich mal einen Akquisator als Spitze. Finde ich ganz passend. Und als Fahne machen wir ganz einfach hier ein bisschen rote Wolle einfach mal hin. So, zack. Ah, da reißen wir uns in den Arm raus. Ganz einfache Fahne setzen wir uns rauf. Tja, das war's dann schon. Aber ihr seht ja, wir haben noch ein bisschen roten Beton, gelber Beton und glatte Quarztreppen dabei. Und die möchte ich mir einfach mal neben vorne fürs Logo von der Feuerwehrwache. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir die platzieren wollen. Ich hätte sie ja natürlich gerne da. Und ich empfehle euch jetzt einfach mal so das Maß zu nehmen. Wir gucken jetzt einfach mal oben von der Ecke. Oder hier schräg von der Ecke. Gleich beim dritten setzt ihr einfach mal gelben Beton hin. Macht euch hier einfach so ein Pluszeichen hin. Obwohl, jetzt habe ich hier ein bisschen zu hoch gebaut. Oh, ein bisschen tiefer wäre besser. Sagen wir einfach hier so dritten und dann hier einmal darunter. Genau, das wäre jetzt ein bisschen besser. War gerade eben ein bisschen doch zu hoch. So, Pluszeichen hin mit gelbem Beton. In der Mitte den roten Beton rein. Und einfach an den Seiten hier noch unsere Treppen hin. Und fertig ist das Logo unserer Feuerwehrwache. So, wollen wir nochmal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe? Nö, die Kiste ist leer. Das heißt, wir sind fertig. Das ist dann schon die Feuerwehrwache. Jetzt könnt ihr natürlich noch ein bisschen ins Detail gehen. Das heißt, euch draußen noch ein bisschen gestalten. Ich habe es mir natürlich auch noch hier ein bisschen angepasst. Zum Beispiel hängen hier unten an der Seite noch so ein paar Sicherheitsanweisungen. So ein paar Belehrungen, was man machen kann, wenn Feuer ausbricht oder so. Oder Erste Hilfe. Hängen hier so ein paar Tafeln. Ihr könnt euch ganz einfach ein paar Banners bemalen. Macht euch da irgendwelche Symbole rauf, wo ihr meint, das könnte vielleicht so eine Hilfe sein. Und dann hängt es euch hier einfach an die Wand. Ihr seht auch ganz einfach, ich habe irgendwas Grünes gemacht. Irgendwas, paar Punkte mäßig. Irgendwas. Irgendwas hin, das hier ein bisschen Deko hängt. Dann haben wir auch noch, sage ich mal, ein bisschen Gestrüpp hier an der Seite. Also in den meisten Folgen war ich hier einfach Gestrüpp an den Seiten. Und da habe ich hier auch ein paar Büsche mir überall platziert. Und auch ein bisschen darauf geachtet, weil in den Folgen war ja auch eine Mauer überall. Und ich finde das ganz passend, wenn wir uns hier, was ist das hier, ein bisschen Durit nehmen. Für die hintere Mauer. Und dann einfach ein bisschen Pflasterstein für die vordere Mauer. Das passt dann ganz gut zur Serie. Ich habe jetzt nicht alles gemacht, was in der Serie zu sehen war. Weil hier war eigentlich noch so ein Übungsturm daneben. Aber hat jetzt bei mir nicht so ganz gepasst. Ich wollte jetzt hier nicht sowas hinbauen. Aber so die Feuerwehrwache, die passt da ganz schick rein. Besonders, ich habe mir jetzt so überlegt. Jetzt, guck mal, hier können wir ja abbiegen. Und dann kommen wir ja später noch irgendwie hier zu unserer riesigen Einkaufsmoor. Ich weiß noch gar nicht, wie die entstehen wird. Vielleicht biege ich mir die Straße auch noch an, das ist recht. Muss ich mal schauen. Aber ansonsten, ganz schickele, steht jetzt hier meine Feuerwehrwache. Ich bin da ganz zufrieden mit. Die passt ja eigentlich ganz gut rein. Und das war es dann wieder für heute. Wir haben eine Feuerwehrwache. Jetzt passiert nichts mehr in unserer Stadt. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also aus der Reihen und Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.